So, ich glaube, das mit der Bewegung war jetzt langsamer genug für heute. Außerdem, auch wenn es noch nicht danach aussieht, aber es wird jetzt langsam dunkel. Und irgendwie müssen wir ja noch ein bisschen was vorbereiten, um dann gleich kochen zu können. Also, heute, wie ja schon bereits angekündigt, gibt es ein veganes Rezept. Und wir fangen natürlich mit etwas Einfacherem an. Und das wäre in diesem Fall schnelles Spinat-Kichererbsen-Curry. Nee, nicht Curry. Und das wäre in diesem Fall ein schnelles Spinat-Kichererbsen-Gericht. Und zwar kommt da rein, für vier Personen, eine Packung Blattspinat, also 400 Gramm, zwei Zwiebeln, zweimal Knoblauch, also zwei Knoblauchzehen, zwei Tomaten, frisch oder anderthalb Dose stückigen Tomaten. Wir nehmen in dem Fall jetzt 400 Gramm Dosentomaten. Dann nehmen wir eine kleine Dose Kichererbsen, ein kleines Stück Ingwer, eine Dose Kokosmilch, also 400 Gramm, zwei Esslöffel Kokosöl, ein halben Teelöffel Salz, ein halben Teelöffel Paprikapulver, ein halben Teelöffel Kurkomapulver, ein halben Teelöffel Korianderblätter, geräbelt und ein kleines bisschen Schedifloppen. Und wie wir was zubereiten, das seht ihr jetzt sozusagen im Video. Na, was willst du hier, Borchi? Hast du auch Hunger? Du bist jetzt ein Veganer, oder? Du bist jetzt ein Okay. Vielen Dank. So. Mutti, kommst du essen? Nein. Ist super heiß, das qualmt selbst auf dem Display. So ein Bio-Leck schmeckt interessant oder können wir nochmal machen? Können wir nochmal machen. Ging ja wohl auch relativ schnell, ne? Das ist eigentlich was beim Wohnmobil machen können, wir brauchen nur eine Pfanne. Stimmt. Fadi, du als Chefkoch, was würdest du selber sagen zu deinem Werk? Habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Würdest du es nochmal machen? Also als Einsteiger-veganes Gericht? Ja. Ja? Wahrscheinlich schon. So, und da wir ja alle mit in unseren Bann ziehen wollen, geht der Rest zu den Nachbarn. Mal gucken, was die dazu sagen. Mal gucken, was die dazu sagen. Mal gucken, was die dazu sagen. Leute, weil wir ja sagen können. exempel所以. So, dass der Ro MIKE Schritt für das Erdenseer.